Wie war das mit Carsten? Ich finde das Video mega. Yo Leon Bro, hast du in Bu seinem Album gehört, der hat dich erwähnt in einem Song. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass komplett in Niedersachsen die 2G-Regel aufgehoben wurde. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, hieß es in dem Entscheid. Wer macht sich gerade für die Obdachlosen, die wegen der 3G-Regel in Bahnhöfen draußen erfroren und gestorben sind? Albert7 schreibt, warum soll man sich für Obdachlose gerade machen? Was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft? Was geht ab, meine lieben Freunde? Lovelock is back live kurz. Auf süß. Guck mal. Die Haare sind einfach wieder kurz, Digga. Krass, ne? Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, wa? Ich selber auch. Mr. Rap schauen. Hab alle Bushido Disses gehört, ohne seine Musik zu streamen. Ich küsse deine Herz, Bruder. Supported Outman oder was, Digga? Wie war das mit Carsten? Ich find das Video mega. Wie meinst du, wie war das mit Carsten? War geil, Digga. Hat Spaß gemacht. Ich hab mir das schon, also vorgenommen mit Carsten mich hinzusetzen, hab ich mir, seitdem ich das MC Boogie und Belasch Interview auf 100% Real Talk mir reingezogen hab, so. Das hab ich mir von Mexiko aus reingezogen und in dem Moment, wo ich das gesehen hab, dachte ich mir so, oh geil, Digga. Ja, so, ich glaube, wenn ich einen Talk mit ihm machen würde, dann wäre er auf jeden Fall auch sehr emotional und eine geile Gesprächssituation, so. Weißt du, wie ich mein so? Und als ich dann geplant hatte, wieder zurückzukommen, hab ich ihm schon mal bei Insta dann geschrieben gehabt, so. Schon mal reingeteast, weißt du, schon mal so reingehört. So, ey, hättest du generell Bock und so? Und dann hat er mir auch direkt zurückgeschrieben. Und als ich dann in Hannover war, so, als ich angekommen bin, so, nach drei, vier Tagen hab ich ihn dann direkt angerufen. Wir haben auch echt ein langes Telefonat gehabt, irgendwie so halbe Stunde oder so. So, und, ähm, ja, halbe Stunde telefoniert, direkt einen Termin fix gemacht und dann haben wir es durchgezogen, so. Weil er dich fertig gemacht hat mit deinem Jogginganzug. Ja, Bro, der hat mich hops genommen, Digga. Der hat einfach die ganze Zeit auf meinem Jogginganzug rumgehackt, so. Ich find den so fresh, dass einer, meiner Meinung nach eigentlich mein freshester Jogginganzug, den ich habe, so, ist auch, glaub ich, der Anzug, wo ich am meisten Geld für ausgegeben hab. Und der Bruder nimmt mich einfach hops, Digga. Der hat mich einfach hops genommen, Bro. Der hat mich einfach hops genommen. Aber war lustig, ich fand's selber lustig, oder? Generell, ich bin auch so ein Typ, ich kann schon auch über mich lachen, so. So eine Sachen find ich immer lustig. Kianos' Reaction auf Comments Café, Starlet Inn. Der hat drauf reagiert, ne? Der hat mir eine Sprachmemo geschickt. Der hat mir eine Sprachmemo geschickt heute Morgen, hab ich's gesehen. Gestern Nacht hat der mir die schon geschickt. Und der meint so, Bro, keine Ahnung, wie du das machst, Digga, aber ich hab dreimal Gänsehaut gehabt, so. So, immer wenn du dich mit Leuten zusammensetzt, irgendwie ist das immer dann so emotional, episch, irgendwie so. Krass und so, hat mir Props gegeben, hab ich gefühlt, auf jeden Fall. Schöne Grüße gehen raus an Kianos an der Stelle, wie ich, jo. The Shadow 089, yes, hab ich gehört. Hab ich gehört. Bushido, also, jo, Leon, Bro, hast du in Bu seinem Album gehört? Der hat dich erwähnt in einem Song. Ja, ja, hab ich gehört, hab ich gehört. Könnt ihr euch ja vorstellen. Ich bin aufgewacht, hab direkt dann 3, 4, 5 Nachrichten gesehen und gekriegt. Einmal auf Insta, aber auch so ein paar. Schöne Grüße gehen raus auch an Destan, Digga. Mit dem hab ich damals Realschule und Abi nachgeholt. Und der war damals schon ein richtig krasser Bushido-Fan. Und wir haben uns immer gestritten, weil ich gesagt hab, Bushido ist wack und der fand Bushido halt geil. Und irgendwann hat er mich überzeugt gehabt und dann hab ich Bushido auch eine Zeit lang gefeiert. Zu der Zeit hab ich mir auch dann sein Album runtergeladen und wurde dafür auch verklagt, so. Und der hat mir direkt geschrieben, so, Bro, hast du gesehen? Bushido hat dich gedisst, Bushido hat dich erwähnt und dies, das, bla. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Für die, die das Amazon Prime-Ding damals gehört haben, Blei, glaub ich, hieß der Song. Da hat er mich auch schon mal erwähnt. Bruder, was soll ich dir sagen? Ich hab da jetzt keine Emotionalität in der ganzen Sache drin, irgendwie, so, weißt du? Das hat mich jetzt nicht getroffen, oder so. Als ich's gehört hab, hab ich gelacht, ich hab geschmunzelt, so. Ist ne Mischung aus, ist ne Mischung aus, äh, den Brother kann man nicht mehr so richtig ernst nehmen, so, weißt du? Und aber auch aus, so, so, ey, ist nicht verkehrt, weißt du, wie ich meine, so? So, dass man meinen Namen mal auch so auf seiner Plattform hört, so, weißt du, wie ich meine? Also jeder, der sich dann irgendwann mal mit ihm beschäftigt, auch im Nachhinein oder so, wird auf jeden Fall auf meinen Namen stoßen, so. Und dann wird er mich vielleicht mal googeln oder so und dann hab ich davon auch was, also an. Also irgendwo ist es auch positiv, weißt du? So, so, und die Vergleiche, die er da raushaut, ja, Dicker, er sagt halt irgendwas mit Tupac, mach nicht auf Tupac, mach nicht auf Tupac irgendwie, ich schieße auf dich in deinem, oder ich zerfetze dich irgendwas in deinem Kuh-Kaff, so. Dieses Kuh-Kaff-Ding ist langsam auch ein bisschen ausgelutscht, Animus, kannst dir mal was Neues einfallen lassen an der Stelle. Auf jeden Fall, ähm, ist halt Tupac, Kuh-Kaff, so, geil, weißt du, wie ich meine, ist nicht, ist jetzt keine Line, die irgendwie unter die Haut geht oder so. Den Tupac-Vergleich fühle ich eher, um ehrlich zu sein, so, weil Tupac ist eine meiner krassesten Inspirationen, wenn es um Music geht, Rap geht, so. So, deswegen, ähm, ist kein harter Diss, weißt du, und dann hat er noch irgendwas mit der flachen Erde rausgeballert, so, der glaubt ehrlich, die Erde ist flach oder so ein Scheiß. Und ja, das ist ja auch, also, ich war ja nicht, ich hab das ja selber nie behauptet, dass ich denke, dass die Erde flach ist, so, deswegen sind es jetzt keine Sachen, die mich jetzt irgendwie groß getroffen haben oder so, weißt du, wie ich meine, so. Ich fand's eher lustig, lustig, witzig und hatte auch ein paar Vorteile, denke ich mal, so, ist jetzt nicht, also, es wird jetzt keine negativen Auswirkungen auf mich haben, so. Also, also, auf meine Emotionalität und dass ich das persönlich nehme sowieso nicht, aber auch so in der Öffentlichkeit ist jetzt kein Ding, wo man jetzt irgendwie hart zurückschießen muss oder so ein Scheiß, Digga. Ich hab heute, äh, eine Nachricht bekommen, dass in Hannover, also Niedersachsen, komplett Niedersachsen, ähm, die 2G-Regel aufgehoben wurde. Hier, ähm, Oberverwaltungsgericht kippt 2G-Regel im Einzelhandel für Niedersachsen. Seit Montag gilt in Niedersachsen die 2G-Regel im Einzelhandel. Respektive galt, denn das, ähm, Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Regelung nun vorläufig ausgesetzt und übt Kritik an der Ausgangs-, ne, an der Ausgestaltung. Die ersten seit kurzem getreten 2G-Regel Einzelhandel in Niedersachsen gekippt, die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, hieß es in dem Entscheid. Seit Montag galt in Niedersachsen im Einzelhandel die Regel, dass diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder davon genesen waren, nur noch in Geschäfte des täglichen Bedarfs einkaufen konnten. Der 13. Senat des Gerichts entschied nun, diese Regel vorläufig außer Vollzug zu setzen. Der Beschluss sei nicht anfechtbar, wichtig, und gelte in ganz Niedersachsen allgemein verbindlich. Geklagt hatte ein Unternehmen, das auch in Niedersachsen Einzelhandel im Filialbetrieb mit einem Mischsortiment betreibt. Aber meine Mutter hatte mir gesagt, welches Unternehmen das war. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, ähm, wurde die Regel gekippt in Niedersachsen. Joa, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht so. Und vor allen Dingen, wer entschuldigt sich jetzt bei den Leuten, die ausgeschlossen wurden für die Zeit? Wenn die sogar sagen, dass das mit den Gleichheitsrechten nicht zusammengeht so. Wer macht sich dann am Ende dafür gerade? Wer macht sich überhaupt dafür gerade, wenn am Ende des Tages irgendwie alles wieder in Normalität zum Beispiel reingeht? So. Wer macht sich gerade für die Obdachlosen, die wegen der 3G-Regel in Bahnhöfen draußen erfroren und gestorben sind so. Wer macht sich dafür gerade? Wer muss dafür, weißt du, so. Das frage ich mich jetzt schon, weil ich bin mir fast sicher, dass irgendwann rauskommen wird, dass viele Regeln gegen Grundgesetze verstoßen haben zum Beispiel. Oder zu weit gingen einfach. Menschen sind gestorben, psychische Krankheiten und so. Wer wird dann dafür, wer wird dann dafür belangt? Niemand, Digga. So. Aber natürlich die Leute, die mal in der Öffentlichkeit irgendwie ansatzweise was dagegen gesagt haben, wurden alle verbrannt, Bruder. Die werden alle über die Klinge geschmissen. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ob die ihre Existenz verlieren, ob die irgendwie ihre Jobs verlieren, Leute mit psychischen Krankheiten irgendwo zu Hause rumhängen. Ist doch egal, Bro. Ist doch egal. So. Das ist immer das, was ich sehr, sehr schade finde. Am Ende des Tages wird keiner dafür zur Rechenschaft gezogen. Bin ich mir jetzt schon sicher. War schon in der Vergangenheit öfter so und wird wahrscheinlich auch in der Zukunft zu laufen. Ich gebe halt die Hoffnung wenigstens nicht auf, dass wir irgendwann wieder einigermaßen normale Zustände bekommen. Weißt du? Und dieses Landsgericht-Urteil, wo es auch darum geht, dass es gegen unsere Gleichheitsbestimmungen, gegen, wie haben sie es gesagt? Gleichheitsgrundsatz, dass es gegen den Gleichheitsgrundsatz spricht, so. Das macht mir Hoffnung, dass es immer noch irgendwie, ja, keine Ahnung, Alter, vielleicht irgendwann Normalität gibt und genug Menschen auch in mächtigen Positionen, die was zu sagen haben, dagegen arbeiten, so. Ein bisschen, weißt du? Dreamcatcher für drei Monate am Start. Ich küsse dein Herz, Bruder. Faust auf die Realness, man. Hau rein an den Bildschirm. Guck mal, hier schreibt gerade, Albert Sieben schreibt, warum soll man sich für Obdachlose gerade machen? Das ist schon mal der erste Satz so. Sind keine Menschen, wa? Also sollte man nicht, ne? Darauf geschissen, wenn die sterben, wa? Die sich zu fein waren, Tests, die es A an allen Ecken und B kostenlos gibt, in Anspruch zu nehmen. Das klingt empathielos, aber irgendwann muss man auch mal Verständnis aufzeigen. Also mit diesem Satz rechtfertigst du jetzt tote Menschen. Das ist jetzt die Rechtfertigung dafür, dass Menschen gestorben sind, so. Einfach rein logisch, schön formuliert und artikuliert, so. Bro. 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 Alter, Digga. Die Menschlichkeit geht den Bach runter, Bruder. Ich sag dir, wie es ist, Digga. Ist nichts mehr wert, so. Ist einfach nichts mehr wert, Digga. So. Menschen identifizieren sich nicht mehr mit anderen Menschen, so. Weißt du? Nicht alleine, weil wir einfach nur Menschen sind. Diese grundsätzliche Liebe, weil wir eine Spezies sind, die gibt's nicht mehr, Digga. Das ist einfach, ist einfach, jeder guckt nur auf seine eigenen Scheiß-Eier, Digga, so. Dieses Zusammenhalten, Familie so, einander unterstützen, egal woher, egal welche Hautfarbe, egal. Weißt du, so, das gibt's nicht mehr, so. Gibt's nur noch ganz wenig, Bro. Voll schade. Voll schade, Mann. Sowas macht mich wirklich traurig. Aber das ist so, diese Nachricht, die ich da eben gelesen hab, von dem Dude, sowas, weißt du, sowas, weißt du, sowas kann mich auch richtig emotional berühren, so. Jetzt nicht auf Hassbasis oder so, sondern einfach nur so, das zeigt mir wieder, wie dreckig die Menschheit geworden ist, so. Weißt du? Ist einfach so. Wird auf Menschenleben, wird geschissen. Das sind ja nur Obdachlose, so. Du bist weniger wert, weil du einen gewissen Status hast oder nicht hast, ja, so. Weißt du? Das ist so traurig, Bro. Der ist vielleicht schon dreimal geimpft, der Albert. Ja, aber es ist doch egal, Digga. Weißt du, wie ich meine, so. Da fängst du doch schon an, dass du überhaupt das als Argument auch reinschreibst, so. Ist doch scheißegal, Bro, ob jemand geimpft ist oder nicht. Das ist die neue Spaltung. Das ist das neue Ding, um Menschen miteinander zu spalten. Das ist genauso wie dieses Schwarz-Weiß-Ausländer-Nicht-Ausländer. Oder diese Scheiß-Spaltung, das geht mir so auf den Sack, Bruder. Das ist so traurig, dass jetzt noch ein neues Instrument dazugekommen ist, um noch mehr Hass zu verbreiten, noch mehr Spaltung zu betreiben und noch weiter weg, immer weiter weg von der menschlichen Liebe, die wir alle von Geburt an eigentlich in uns tragen, so. Wir haben das alle in uns. Wir sind alle gute Menschen. Wir haben alle ein gutes Herz. Wir wollen alle lieben. Wir sind Liebe, so. Wir haben uns das selber ausgetrichtert, so. Und finden nicht mehr richtig zurück dahin, weißt du. Und das finde ich schade, so, weil, guck mal, in so Zeiten wie jetzt gerade, wie wäre es, wenn wir alle eine Verbindung miteinander hätten, wenn wir uns alle mögen würden, egal wo wir herkommen, wo wir nicht herkommen, welche Hautfarbe wir haben, welche Hautfarbe wir nicht haben, geimpft sind oder nicht geimpft sind, sondern uns einfach lieb haben, weil wir alle Menschen sind und vor allen Dingen noch alle zusammen gerade hier klarkommen müssen, so. Warum muss das, weißt du, ich meine so, das ist doch, das ist doch, das ist doch, Bro, wenn wir das gehabt hätten, wenn wir diese Liebe noch in uns tragen würden, dann würde uns kein Virus unterkriegen können. Würde es nicht. Es würde nicht funktionieren, weißt du, wie ich meine so. Wir würden uns auch nicht spalten lassen. Wir würden uns nicht gegenseitig aufhetzen lassen, so. So, darauf sollten wir wieder ein bisschen uns zurückbesinnen, auf das, wo wir herkommen, Bro. Wir kommen von Liebe, von Licht, so. Ich gebe es auf jeden Fall nicht auf und ich werde immer weiter das predigen, so. Auch wenn Leute sich darüber lustig machen, auch in Songs mich dissen, deswegen oder nicht, Digga, ist mir scheißegal. Für mich ist Menschlichkeit und Liebe das allerhöchste Gut, was wir alle haben können, so. Darauf sollten wir uns zurückbesinnen. Die ganze andere Scheiße von Erfolg und Geld und was weiß ich nicht alles, das kommt alles danach, wenn überhaupt, Bro. Menschlichkeit, Liebe, Miteinander, Bruder. Verrenn dich nur nicht. Nee, Bro, ich bin nicht der Typ dafür, der sich irgendwie verrennt. Weißt du, wie ich meine? Ich hätte mich schon damals verrannt. So, ich bin nie radikal geworden oder hab so eine, so eine, so eine Attila-Hildmann-mäßigen Vibes an den Tag gelegt. So, weißt du, ich hab in einem Video vielleicht ein bisschen emotional, bin ich ein bisschen aus mir rausgegangen, hab Dinge gemacht, die ich vielleicht, oder gesagt auch, wie ich sie gesagt hab, nicht heute nochmal so machen würde. Also, ich würde das ganze Ding auf jeden Fall durchdachter machen. Ich glaub nicht, dass ich meine Fresse halten würde, wenn ich das nochmal durchleben würde, aber ich würde es vielleicht durchdachter machen. Ich würde es vielleicht ein bisschen smarter und intelligenter machen, aber ich würde halt meine Fresse trotzdem nicht halten, so, weißt du. Und, ähm, ich bin nicht der Typ, der sich so krass dann darin verrennt und dann nur noch über sowas redet, so. Weißt du, wie ich meine, so? Hätte mir auch passieren können. Das passiert halt schnell, wenn du dann gecancelt wirst, alle auf dich scheißen irgendwie und du sehr viel Hass auf dich zukommst, dass du dann noch mehr so eine Anti-Haltung entwickelst, so. Aber mein Ziel war es immer, Menschen zu erreichen. Weißt du, wie ich meine? Ich will Menschen erreichen mit dem, was ich sage, so. Und wenn ich radikaler werde, dann mache ich mir noch mehr Türen zu, weißt du. Ich möchte mir ja nicht, so, weißt du, wie ich meine? Ich will immer noch Menschen erreichen, so. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, so wie du es gemacht hast, hast du zwar Menschen erreicht, aber viel, du hast viel auch für gegeneinander, gerade gegen dich gesorgt, deswegen müsstest du das in der Zukunft vielleicht mal doch anders machen, so. Ich bin, ich kann mich selbst reflektieren. Ich habe mich nicht dann hingesetzt und mir nur noch irgendwelche Verschwörungen reingezogen und irgendwelche, weiß ich nicht, ich bin vor dem Bundestag gerannt mit Reichsflaggen und so. Nur zum Vergleich, das waren Kollegen und Leute, die zu derselben Zeit ähnliche Dinge gesagt haben wie ich, aber ich lasse mich nicht radikalisieren. Weißt du, wie ich meine, so. Mache ich nicht. Ich reflektiere mich, ich setze mich mit mir selbst auseinander. Ich frage mich, was hast du falsch gemacht? Was würdest du nächstes Mal richtig machen, so. Und ich habe nicht so, habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich noch mal eine zweite Chance bekomme, aber ich gebe mir selber eine Chance, weißt du, wie ich meine, so. So, und ich glaube an mich und ich weiß, dass ich alles, woran ich wirklich dran glaube, auch erreichen kann, so. Niet so 40 sagt, ich feiere dich, aber ich feiere mehr dieses Komm ins Café, Straßenumfragen, Heiste im Club, Sonne und so weiter. Liegt vielleicht daran, kann das Thema nicht mehr hören, aber es ist überall YouTube, Uni, Arbeit, Freundeskreis und so weiter. Ja, natürlich, Bro. Natürlich feierst du das mehr. Und ich bin ja auch ein lustiger Dude, der gerne auch leichte Kost für euch macht, so. Weißt du, wie ich meine? So wie eine Straßenumfrage mal. Ein Song, wie heißt der im Club, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie politisch irgendwas anspricht oder irgendwie schwerere Kost ist, sage ich mal so. Und natürlich wird leichtere Kost immer mehr gefeiert. Das ist einfach so. Also Content, der nicht so anspruchsvoll ist, sage ich jetzt mal einfach vom Kopf her, was du da reinstecken musst, wird von den Leuten immer mehr gefeiert, kriegt auch immer mehr Aufmerksamkeit, so. Weißt du? Aber ich bin halt ein Mensch mit sehr vielen Facetten und ich möchte diese eine Facette nicht auf Krampf wegdrücken, wenn ich sehe, dass 99% der Leute aus der Szene das schon machen, so. Weißt du, wie ich meine? Und ich bin auch nicht der Typ, der das gut kann, Dinge einfach wegignorieren, wenn er sie denkt und fühlt, so. Weißt du? Und wenn ich dann noch zusätzlich sehe, dass fast jeder seine Schnauze hält und keiner was macht und was sagt, so, dann muss, dann habe ich das Gefühl, dass ich das machen muss und dann mache ich das auch, weißt du? Weil ich bin von Herzen auch einer, der Gerechtigkeit groß schreibt, so. Weißt du? Und wenn ich merke, dass was ungerecht wird und wenn ich merke, dass Menschen gegeneinander kämpfen und wenn ich merke, dass da irgendwas passiert, was für mich nicht gut ist, was ich nicht gut finde, so, dann muss ich dazu was sagen. Vor allen Dingen, wenn 99% der Leute ihre Schnauze halten, so. Weißt du? Es ist halt einfach so. Aber ich kann das fühlen und verstehen, was du sagst. Nie zu unterstrich 40. Und wenn ich mich nur darauf konzentriert hätte und diese andere Ader einfach verleugnet hätte, dann wäre ich auch schon viel erfolgreicher. So wie die anderen Kollegen. Ich kenne ja sehr viele Leute, mit denen ich über die Thematiken rede und wir haben eigentlich eine Meinung. Nur ich bin der, der dafür hops genommen wurde, mit dem vielleicht diese Person, mit der ich sogar rede, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sein möchte, obwohl wir das Gleiche denken und fühlen. Und das ist irgendwie, ich bin halt auch nicht der Typ, der dieses Fakeness-Ding so krass unterstützen will. So, weißt du? Bei mir eher das Gegenteil. Feier deine sozialkritische Art mehr. Ja, siehst du? Das hat natürlich jeder seine. So, Bro, ich bin, ich habe halt so viele Facetten. Ist klar, paar Leute feiern das mehr, paar Leute feiern das mehr. Ich glaube, es ist einfach wichtig, also für mich persönlich ist einfach nicht nur wichtig, was andere Leute feiern so, sondern dass ich einfach ich selbst bin so. Und die Leute, die mich verfolgen und sich das reinziehen, was ich mache so, die sollen sich das reinziehen, was sie mögen. Und das, was sie nicht mögen, sollen sie sich halt nicht reinziehen so. Weißt du? So, denke ich. Von diesem Fakeness-Zeugs wird man eh nur blöde im Kopf. Bruder, das Ding ist, ich, 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 ähm, könnte das auch gar nicht, weißt du? Irgendwo denke ich mir auch, krass, wie macht ihr das so? Weil ich kenne ein paar Künstler, die gewisse Dinge einfach komplett, also gewisse Facetten von ihrem Charakter komplett aus der Öffentlichkeit rauslassen, so. Ich wäre dann nicht mehr zufrieden mit meiner eigenen Person des öffentlichen Lebens, so. Weißt du? Ich wäre nicht zufrieden, wenn ich, wenn ich nur, ähm, leichten Content machen würde, der nicht zum Nachdenken anregt, was auslöst, was da lässt, irgendwie was anspricht oder so. Weißt du? Wenn es nur noch um Entertainment und Lachen geht, dann fühle ich mich selber nicht mehr richtig vollkommen. Und ich wollte immer in der Öffentlichkeit versuchen, echt zu sein. Ich wollte immer so, mich so präsent, also versuchen wenigstens, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, mit allen Facetten, die ich habe. Und für mich stand immer, ähm, als erste Priorität, echt zu sein. Weißt du? Real zu sein. Ja, deswegen komme ich selber mit mir nicht klar, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich selbst verleugne oder eine Facette von mir verleugne, so. Das ist tatsächlich so.